Hallo meine Lieben, ich bin Seuer Thomas aka Sparkojote. Heute möchte ich euch 5 Finanztipps, die du in der Schweiz befolgen musst, vorstellen. Bevor wir aber damit loslegen, möchte ich mich kurz nochmal vorstellen. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac. Man kennt mich im Internet auch unter dem Namen Sparkojote. Ich mache mit dem lieben Christian diesen Kanal hier. Und ja, ihr könnt ja gerne mal meinen Kanal abchecken. Ich berichte meistens über das Thema Personal Finance, speziell auch auf die Schweiz zugeschnitten. Das heißt, wie man sparen kann, Vermögen aufbauen kann, langfristig auch Investments tätigen kann und das auf eine gute Art und Weise. Also sprich wirklich, wie man sich selber dieses Wissen aneignen kann durch Bücher, durch Blogs und so weiter. Und ja, das mache ich jetzt schon mittlerweile seit über 6 Jahren und darum würde ich mich super freuen, wenn ihr da auch mal auf meinem Kanal vorbeischaut. Vielleicht hilft euch das ja weiter zum Thema Finanzen, weil es halt wirklich auch sehr auf die Schweiz zugeschnitten ist und ich viele Schweizer Themen auch bespreche. Die ich auch übrigens heute bespreche, einfach deutlich, deutlich detaillierter. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Tipp Nummer 1 an und zwar ist das, wenn man seine Finanzen in den Griff bekommen will, Ausgaben und Einnahmen tracken, respektive budgetieren. Das bedeutet, man sollte wissen, wie viel Geld man ausgibt und wie viel Geld man verdient. Sprich, man weiß, wie viel man verdient und weiß, wie viel man auch ausgibt und im Idealfall auch, wohin das Geld geht. Miete, Krankenkasse oder zum Beispiel auch irgendwo anders für Kleider essen. Also, dass man einfach ungefähr weiß, wie es mit den Finanzen so steht, weil dann kann man sich auch gut ausrechnen, wie viel man denn pro Monat spart. Oder worst case halt eben sogar zu viel ausgibt. Dann weiß man auch so ein bisschen, okay, ich könnte ja vielleicht ein bisschen bei den Kleidern sparen. Ich muss nicht für jeden Monat für 200 Franken Kleider kaufen, sondern es reicht auch für 50 Franken Kleider zu kaufen. Und dann sieht man auch so ein bisschen, wohin das Geld fließt. Das ist so mal der erste Tipp, um seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Und das ist auch meine Erfahrung, dass viele Leute, die ihre Finanzen nicht im Griff haben, eben nicht die Ausgaben tracken oder teilweise gar nicht wissen, wohin das Geld fließt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meinen Augen, um überhaupt mal an Sparen zu denken oder überhaupt sparen zu können. Ja, dass man weiß, wohin das Geld fließt. Punkt Nummer 2 und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Notgroschen aufbauen. Vielleicht Notgroschen ist euch noch kein Begriff, aber Notgroschen ist im Prinzip Geld, das auf einem Sparkonto liegt, das wirklich sehr sicher ist. Also einfach irgendein Sparkonto bei der UBS oder irgendwo anders, bei der Bank Claire, bei ZAK oder wo auch immer. Und dieses Geld ist dafür da für die Notfälle, wenn du zum Beispiel den Job verlierst oder irgendwie dein Einkommen sinkt oder aus irgendwelchen Gründen du nicht mehr arbeiten kannst. Dieser Notgroschen soll im Idealfall Minimum 3 Monatsausgaben sein. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel 4.000 Schweizer Franken pro Monat zum Leben brauchst, sollte dieser Notgroschen Minimum 12.000 Schweizer Franken groß sein. Ja, das hört sich erstmal nach einer riesigen Summe an, aber der Notgroschen, den spart man sich über die Monate oder vielleicht über ein paar Jahre hinweg an. Man kann natürlich den Notgroschen auch deutlich höher haben, der kann zum Beispiel auch 6 Monate sein, wenn man ein höheres Sicherheitsbedürfnis hat. Aber dieser Notgroschen, den sollte man über kurz oder lang auf jeden Fall aufbauen, dass wenn irgendwas passiert oder wenn das Auto kaputt geht, die Waschmaschine kaputt geht, dass man da nicht in eine Misere gerät und dann auf einmal ohne Geld mit heruntergelassenen Hosen dasteht. Also wichtiger Punkt, Notgroschen aufbauen über kurz oder lang und Minimum 3 Monatsausgaben sollte der groß werden. Gegen oben kann man auch sagen, wenn man wirklich sehr sicherheitsbedürftig ist oder vielleicht auch ein höheres Einkommen hat, kann man auch sagen, okay, der Notgroschen soll 12 Monate halten, damit ich worst case 12 Monate davon leben kann. Da ist im Prinzip jeder so ein bisschen frei und kann selber bestimmen, wie man das macht. Einfach 3 Monate, das Minimum. Kommen wir zu Punkt 3 und das ist eine, ich sage mal, wirklich eine der Basics der Basics und das habt ihr vielleicht auch schon oft gehört. Und zwar ist es sogar so, dass nur 33% der Schweizer das sozusagen nutzen und das heißt 66% der Schweizer das gar nicht wirklich auf dem Schirm haben oder gar nicht nutzen. Und zwar ist das die 3A-Säule. Ich bin der Meinung, dass man die 3A-Säule bei Möglichkeit so voll wie möglich macht jedes Jahr. Ich weiß, nicht alle haben die Kapazität, die ganzen 6826 Franken pro Jahr in die 3A-Säule einzuzahlen. Ich weiß, aber glaubt es mir, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Einfach so viel einzahlen, wie man halt kann. Auch wenn es jetzt nicht der volle Betrag ist, aber jeder Rappen, jeder Franken zählt da auf jeden Fall. Das ist Basics der Basics für die Altersvorsorge, die man auf jeden Fall machen sollte. Und seid dankbar dafür, dass wir hier in der Schweiz diese Möglichkeit haben, weil wenn man so ein bisschen mal auch in andere Länder schaut, in Nachbarländer, Deutschland, Österreich und Co., da sieht das Ganze weniger rosig aus. Wir haben hier in der Schweiz tatsächlich im Vergleich zumindest, wenn wir auch unsere Nachbarländer anschauen, sehr, sehr, sehr gute Vorsorgemöglichkeiten. Und die 3A-Säule ist extrem, extrem gut. Und darum 3A-Säule unbedingt versuchen, so viel wie möglich einzuzahlen, wie halt die finanziellen Kapazitäten da sind. Das spart nicht nur Steuern. Und wenn man auch ein bisschen aversierter ist, kann man dann auch überlegen, ob man da vielleicht einen Teil dieser 3A-Säule über breit gefächerte ETFs investieren möchte. Da gibt es verschiedene Lösungen von der ZKB oder von BIAC und so weiter. Aber das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man sich schon mehr mit dem Thema Finanzen beschäftigt hat. Aber das kann man immer noch im Nachhinein dann ändern. Aber die 3A-Säule auf jeden Fall in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den viele Schweizer eben, zwei Drittel der Schweizer außer Acht lassen, obwohl das so eine coole Sache ist. Und auch langfristig tatsächlich wirklich viel bringt für die Altersvorsorge oder wenn man sich irgendwann mal ein Eigenheim finanzieren möchte. Kommen wir zu Punkt 4. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, das ist nicht nur für Schweizer. Also die meisten Schweizer werden es wohl wissen, denke ich. Aber zum Beispiel für Zugezogene oder ich sage mal Leute, die sich jetzt nicht so damit auskennen. Es ist natürlich so, dass man hier Steuern ja nachträglich zahlt, wenn man das Gehalt bekommt. Und zwar ist es hier enorm wichtig, Geld auf die Seite zu legen für Steuern. Man sagt so Daumen mal Pi, ein bis zwei Monatsgehälter, je nachdem wo man wohnt, in welchem Kanton man wohnt, in welcher Gemeinde man wohnt, ein bis zwei Monatsgehälter werden die Steuern auf jeden Fall kosten. Je nachdem wie viel man halt verdient, weil wir ja progressive Steuern haben. Das heißt, je mehr man verdient, umso mehr zahlt man auch prozentual an Steuern. Das bedeutet, Geld auf die Seite legen für Steuern. Oder noch besserer Tipp, monatlich sozusagen Steuern zahlen. Das bedeutet, wenn man ungefähr weiß aus vergangenen Jahren, wie viel Steuern man zahlen muss ungefähr, nimmt man diese Zahl durch 12 und jeden Monat einfach einen Dauerauftrag machen und diese Steuern dann einfach monatlich direkt zahlen. Und aus dem Auge, aus dem Sinn, meistens ist es dann sogar so, wenn man ein bisschen mit Puffer rechnet, dass man vielleicht auch noch Geld zurückbekommt vom Steueramt oder die Nachzahlung relativ klein sein wird, wenn man das richtig gemacht hat. Hier auf jeden Fall Geld auf die Seite legen für Steuern oder halt eben das dann monatlich schon im Vorauszahlen kann man auch machen. Aber wichtig, ich würde niemals Schulden haben wollen beim Steueramt, darum behaltet das im Hinterkopf ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ohne Schulden lebt es sich auch freier und man hat dann nicht so ein mulmiges Gefühl im Bauch. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 5, der ist vielleicht für viele tatsächlich etwas fremd noch, aber mit dem Investieren beginnen, respektive sich schlau machen mit der Zeit. Das bedeutet, wenn man sich mit dem Thema Personal Finance, mit den persönlichen Finanzen beschäftigt hat, angefangen hat zu sparen, angefangen hat zu schauen, was für Möglichkeiten man hat mit der 3A-Säule und so weiter, investieren. Und mit investieren, das kann alles mögliche sein, das kann natürlich Immobilien sein, wobei Immobilien hier in der Schweiz sehr teuer sind, das verstehe ich. Oder zum Beispiel eben Aktien oder Fonds oder ETFs, es gibt so viele verschiedene Investmentmöglichkeiten. Das mag am Anfang erstmal so ein bisschen klingen, oh mein Gott, es gibt so viel, aber da kann man sich einlesen. Da gibt es diverse Bücher, zum Beispiel Cool bleiben und Dividenden kassieren, absolut cooles Buch. Oder Souverän investieren von Gerd Kommer, da erklärt er ETFs im Prinzip sehr gut. Und da einfach mit der Zeit sich langsam rantasten, vielleicht das ein oder andere Buch lesen, vielleicht auch das ein oder andere Personal Finance Video schauen auf meinem Kanal oder sich einfach eben mit dem Thema langsam nach und nach beschäftigen und so ein bisschen schauen, was gibt es denn so und was könnte durchaus Sinn machen langfristig, womit ich dann auch zum Beispiel die Altersvorsorge gut planen kann. Weil wir wissen ja, wenn wir Geld wirklich nur auf dem Sparkonto liegen haben, dann ist das natürlich so, dass mit den Jahren, jedes Jahr durch die Inflation, Kaufkraft weggefressen wird. Auch wenn vielleicht der Betrag immer mehr oder immer weiter steigt, die Inflation frisst die reale Kaufkraft tatsächlich auf und über 10, 20, 30, 40, 50 Jahre ist das natürlich enorm, was die Inflation da anrichten kann. Dann ist nämlich eine Million Franken oder 500.000 Franken nicht mehr ganz so viel, wie es heute gewesen ist in 40 Jahren, weil die Inflation da ordentlich schon was weggefressen hat an der Kaufkraft, auch wenn die Zahl vielleicht noch dieselbe ist. Darum mit dem Investieren langsam beginnen, sich da rantasten, Bücher lesen, sich selber schlau machen, recherchieren und nicht einfach blind auf irgendwelche Leute hören, die sagen, ja, das ist das beste Investmentprodukt, damit machst du die beste Rendite, hier einfach dein ganzes Geld reininvestieren. Nein, auf jeden Fall nicht. Sich selber eine Meinung bilden, selber damit recherchieren und auch auf zuverlässige Quellen sich stützen. Da gibt es diverse Fachliteratur, die wirklich sehr seriös ist. Und ja, zwei der Bücher, Souverän investieren von Gerd Kommer und Cool bleiben und Dividenden kassieren, sehr, sehr gute Bücher vom Finanzbuch Verlag. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese fünf Finanztipps oder Finanzbasics haben dich etwas weitergebracht, haben dich auch vielleicht dazu gebracht, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht machst du ja schon einige dieser Tipps sehr erfolgreich. Mich würde es so in den Kommentaren interessieren und auch den lieben Christian. Welche Tipps du schon bereits befolgst oder was du dir vielleicht vornimmst, für demnächst einfach mal auszuprobieren von diesen Tipps. Oder ob du vielleicht auch schon die 3A-Säule voll machst oder zu einem gewissen Grad halt, wie du sie halt einzahlen kannst, einzahlst, je nach deinen finanziellen Mitteln. Und ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen bis hierher. Und ich würde sagen, abonniert gerne den Kanal vom lieben Auswanderlux. Und schaut auch gerne auf meinem Kanal, Thomas der Sparkujute, vorbei. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö Leute. Tschö Leute. Untertitelung des ZDF, 2020